immer noch voll viel jetzt rufen die da welche schießt dann ab jawoll verdammt schießt dann ab verdammt tötigen wie den rest gut macht wir dürfen danach aber keine schismar aus dem ding ins claudia in der nähe und jetzt waren die damit aber gut ja er hat mich so scharf schützen ergeben bevor ich gerne mein gott knapp wird sich nicht gelockt ich dachte wird getroffen da sind drei panzer will sie mir auf den armen das sind zu viel ja erst mal töten vorsichtig sind bei minen mein gott sieht ja viele durchmalen die typen will alle töten durch mal um weil sich umdrehen verdammt los tut er deinen kollegen und ja aber der andere wurde die ganze zeit getroffen manifestier ist weil es dieses wort gibt so verdammt ist der eine umgerät claudia reparier mal die edelweiß das ding genau zack 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 eine ganze sau defekt immer wenn ich etwas glück habe dann kommt sogar noch dahin nennen nein komme ich nicht kriegen da gab es schon aber ich habe ja schon was gemacht ich idiot sollte noch abschießen so welken natürlich die ganzen linie aktivieren und keiner da rein läuft besser wäre wenn er sich hier zu uns hin dreht aber ich glaube das wird nicht passieren weil wir werden gar keine ap angezeigt bei dem hier werden wir angezeigt gut hm rosen gehen wir vor oh fuck die ganzen mini machen mich nervös verdammt ja die ist immer noch da verdammt er ist machst du denn gegen staats irgendwie da oben okay da kann ich auch lago jetzt wieder reinholen wo ist er hier dann gehen wir wieder kommandopunkte soll jetzt irgendjemand die typen die dinge das wird uns auf die nerven gehen du wirst du ja gerade ja okay naja wenn wir noch in dem part schaffen irgendwie jan schießt eine ganze ladung auf die typen okay so habe ich habe nicht gemeint landet noch drin ist der andere reinten ja nicht getroffen dass ich die berge töten soll dem panzer töten man hat hier eine halbe stunde deutsch nicht ein schafschütze nur tun die immer noch ein näher rufen nein ich auch kevin nein ich noch mal bitte nicht nein ich noch mal naja hör auf damit aber kein schuss mehr gut jetzt aber überlebt ja ich lache am letzten als letztes mein gott es ist ja immer am besten letzten mein gott jetzt habe ich den spruch schon zwei dreimal verlaufen ja und aber springt da lieber so er kommt zurück ich habe jetzt wirklich er hat durch mehr angriffskarten zu bekommen der antipanzer kann ich nicht erwischen ich komme euch gleich darüber so weit ich schleiche ich da einfach durch und versucht die basis einzunehmen damit hat hier in dem park passen ich kann ich mich doch verlassen oder ja wenn wir jetzt einfach hier von links durch scheiße auf die panzer und so also haben wir kinder in dieser folge noch hahaha also ich treffe das scheißding will ich mich auf den arm nehmen die konnten verfehlen von da aus mit sachen regeln mit ihr eigentlich gespielt mein gott danke okay er ist im nächsten zug tod verdammt alicia ich jetzt von links da rein vielleicht auch waren wir mit dir alles ich weißt du das war den hangen hier und da mal zu verrecken wenn wir dich am meisten brauchen aber was soll's und sagt der lebt noch es war so klar rosie kommst du ihn wieder hin ich glaube ja nicht ja so haben wir den kopf treffen würde ernst da gibt es einfach nicht aber nur kopf doch fahrt ach ja verdammt dieser halbtot da habe ich auch einfach in der probe schleichen und in die basis gehen einfach da rein einfach da rein erst mal muss ich euch töten verdammt das hätte so schön sein können du bist erst mal tot habe ich irgendein gefehl um die granaten zu aufzufüllen weil dann könnte ich das jetzt noch schaffen obwohl er einer die granaten überlebt kann menu oder immer going to do now wie verreckt da hinten gleich jetzt setzt du hin auf maul ich bin auch blöd irgendwie ne ich hätte zweimal angreifen können da hinten aber ich bin nicht angegriffen ich bin eigentlich bescheuert er macht noch einen crouching träger da hinten ich doof aber ich bin nicht einfach sicher alicia ne man muss so hier meine sicherheit gehen von dem scheiß am besten einschalten jetzt nur noch hier überleben man kann sie den auslocken nächste person jetzt da kommt auto und ja dann können wir alle friedlich nach hause gehen verdammt da ist ein sniper aber sie ist am hoppen darf nicht getroffen werden immer noch welche ja ist gut sagt der eine mal getroffene aber noch mal müsste doch überleben oder so jetzt kommt man fertig gut so jetzt wird der eine die erledigen läuft irgendwie nichts nach plan sind aber voll wenige übrig eigentlich mein gott da zieht doch gar nichts ab mein gott da wird ein verdammt langer fahrt vielleicht schneide ich den auch keine ahnung was ernsthaft alicia jetzt musst du nur noch den typen weg sprengen und da ist es gut wahrscheinlich überlebt er sowieso aber was soll's treffing gar nicht sag und jetzt stirbt bitte zu mir den fall nein fixer hm schwierig rosi versuch du mal wohl so lange ist der pack eigentlich auch nicht ja ok 31 minuten und jetzt muss noch alicia den dings einnehmen wir denken uns einfach auf die panzer hauptsache gewonnen den tinten 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 da sehe natürlich sehe ich bekomme immer dann können wir allerdings nehmen bekommen medaille oder was weiß ich so dann immer glaube ich noch mal zum hauptquartier und kauf nun zeugs ja und trainieren genau da war ja der sinn irgendwie so dann tun wir mal scouts hochleveln durch ein bisschen mehr aushalten verdammt erreichen für die schockgruppen ingenieure sniper verbrechen und verein aber zu retten hätten wir ingenieure auflösen ja was auch immer neues potenzial gut und mein befehl all units evade ja ich glaube den part schneide ich irgendwie in zwei oder dass ihr es merkt oder ich in dem folgen hier bei den 33 nun das doch ein bisschen lang bis jetzt da war das also teuer glaubst du mal lieber die edelweiß aufleveln range rein forster das ist eine antipersonen dingen oder was das ist ein das schwarze bis jetzt kommen wir uns hier noch keine ahnung gewährt sagt nun das was am betrat na ok dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play walker chronicles ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und sage tschüss tschüss